Amanda! Hallo! Schön, dich wieder zu sehen! Michael? Ich bin so glücklich! Ist das nicht groß? Fantastisch! Michael! Sei positiv! Ich bin so glücklich! Ich bin so positiv! Ich bin so positiv! Gib es auf Michael! Das Sarkazium! Es ist eine der Grund, ich bin weg. Es ist hinter dir. Nein, es ist nicht, Amanda. Es ist nichts hinter mir. Normalerweise gibt es eine Frau hinter dir. Für jemanden, der alle Zeit wachsen, arbeiten auf sich, in der und aus, ich muss sagen, der Prozess ist wirklich lang. Wie wissen Sie, was der Prozess ist, du dumm schlusserlige Scheiß? Uh, G. All you do is whine at me. Oh! All I do is whine! Michael, bitte, stop murdering people! Michael, bitte, stop endangering me, and the both of your children! You kill people, and then you sit in the sun, and drink and feel guilty about it! That is not work! Ich sehe dich nicht, auf der Weg nach dem Bank! Ich weiß es nicht, Amanda. Wir sind Trailer Trash, du und ich. Wir haben das gemacht. Mach ein Zentrum, Michael. Du hast keine Zentrum. Wie geht es dir, dass du meine Kacke spielst? Huh? Wir haben beide einen Zentrum, bevor das überhaupt passiert. Du bist so ein verdammter Mensch! Ein verdammter Mensch! Du bist so ein verdammter Mensch! Du bist so ein verdammter Mensch! Wie kann ich nicht sein? Ich sollte dich verletzt, vor Jahren zuvor, du dumme Scheiß! Mach das! Mach das! Mach das! Mach das! Ich werde dich auf den Boden, mit dem resten. Und das ist wirklich alles, die Zeit wir haben. Oh. Great. Ich denke, wir haben ein ganzes Prozess gemacht. Oh. Michael. Ich hoffe, das geht ohne zu sagen, aber die Familie ist ein bisschen mehr günstig. Was? Double? Squared. Natürlich. Seid jetzt. Hey. So, du gehst mit mir nach Hause, oder was? Ich denke, wir werden es versuchen. Okay, dann. Kinder! Willst du uns nach Hause nehmen, dann? Du weißt, es gab einen Moment da. Ich dachte... Was? Ich weiß nicht, vielleicht hatten wir noch einen Weg, zu gehen. Vielleicht brauchen wir mehr Zeit. Time. Time for what? Time to move beyond screaming at each other. That was cathartic. Catharsis all over my face. Oh, I got a warm, fuzzy feeling. Probably just the meds you raided. Okay. Cathartic. All right. All right. I just don't want it to be more of the same. Now you're the one making the demands? No. No, no. Not demands. I'm saying you're right. Something was broke, and we gotta work at fixing it. We do. We do. All of us. Yes, Mom. For real, peeps. Because I started to understand something in there. No one else gets this family. Not Dr. Friedlander, or my yoga teacher, or our tennis coach. Or the juice guy, or the dog walker. Oh, hey, hey. Or Jimmy's third grade teacher. Or the trash guy. Or Dad's proctologist. Or the guy that thinks he's Jesus on Vespucci Beach. Or the hippie bum who thinks the world is ending. We're stuck with each other. I mean, how do you explain faking our deaths? Changing our names? All the lying to the FIB? That monster, Trevor? There's no explaining Uncle T. Hey, is he coming to the next therapy session? What? No! No! Geez! Just one thing, Michael. Don't get us killed. And don't get killed. Can you do that? I give it my best shot. With every fiber of my being, I will do whatever it takes to make sure it doesn't happen. Promise. And no more hookers. Or other women. Yeah, Dad. Gross! You're better than that, Pop. Guys, I'm not really comfortable having this conversation. Just keep it in your pants. Okay? Yeah, it's so demeaning how you treat women. Here we are. Home sweet home. Remember this place? Hey, caramba. Die Familie kann man echt nicht verstehen. Kids. Rooms. If you find dead bodies, cheap women or Trevor Phillips, we're checking into the Rockford Hills Hotel. Auf jeden Fall mal ne klare Ansage. Bestanden. Familienzusammenführung. Abgeschlossen mit Bronze. Ja, alles klar. Dann geht es jetzt wahrscheinlich weiter mit unserem Franklin. Irgendwo bei das hier sieht aus, als würden wir zu Trevor, oder? Yep. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, last one standing. Again. Oh, das hast du schon wieder angerichtet, Trevor. Oh, ne Witze. Oh, ne Witze. Oh, ne Witze. Oh, ne Witze. Wir haben uns abholen lassen können, aber... Es wäre ebenfalls möglich, einfach zu einer anderen Person zu wechseln. Das machen wir jetzt auch kurz, weil ich hab keinen Bock, den da wegzufahren. Und da standen zwei, also im Wehren ist es doch durchaus noch zwei mögliche Quests, die wir machen müssen. Gleich mal gucken, was macht denn der auf der Baustelle? Hey Mike, es ist Franklin, man. Ich folge den Architekt. All right. Don't fuck it up. All right. Okay, ich folge den Architekten und beschaffe die Pläne. Das ist der Architekt. Hey stupid! Du kannst hier nicht ohne einen Hatt sein. Ja, vielen Dank. Haha, dankeschön. Sight inspection. Architekt on site. Ach, das ist der Architekt. Der im feinen Anzug. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, brauchen wir die Baupläne nicht für das Büro selbst, sondern für das, was dort gebaut wird, um dann eventuell einen Eingang ins Büro zu finden. Natürlich auch nicht schlecht. Ist das das, was wir überreden müssen? Es ist nur das, was wir überreden müssen, ist, dass ihr die Pläne wieder verändert. Es ist immer eine Schöne für die Erkrankung. Es ist immer. Es ist immer so! Es ist immer so! Es ist die Neue, die neue Quests, auf der Westen. Sie sind schuldig? Der Schiff ist da, wir brauchen Quests, auf der Westen. Ah, kein Drama. Es ist ein Regierungskontrakt, wir werden bis zur Schlussung bezahlt. Ich habe keine Verkauf in diesem Verkauf. Es ist ein Regierungskontrakt. Niemand nimmt einen Verkauf. Except der Regierung. Auch mal nicht schlecht. Ich gehe mal direkt neben mir dran. Aufzug aktivieren. Ich hoffe, unser Kamerad weiß, wo er hin muss. Ich finde es auch lustig, dass wir uns einfach auf einer Baustelle rumbewegen können. Dass der Typ uns sogar noch einen Helm zugeschmissen hat. Jetzt frage ich mich gerade, wenn wir auf einer Baustelle sind, haben wir einen Fallschirm dabei? Nein, haben wir nicht. Schade. Ach ja, der Clinch zwischen Architekt und Ingenieur. Wer ist der bessere? Schreiberling, Baumeister und so weiter. Bring den Architekten dazu, die Aktentasche rauszurücken. Hier, erst mit anderen Billen. Oder so. Verlasse die Baustelle. Blöd nur, dass ich jetzt wieder runter muss. Das war eine knappe Wendung. Und dann verlassen wir das einfach mal in Richtung Straße. Richtung Straße. Richtung Straße war jetzt gut gesagt. Da ist alles abgesperrt. Eikaramba, da ist ja wirklich alles abgesperrt. Wir können höchstens da eine Explosion zünden und dann drüber raus. Oder aber... Da... Da unten hin. Oh yeah. Good work. Jetzt ab zurück zur Textilfabrik und dann übergeben wir Lester mal die Dokumente. Das haben wir ja mal äußerst gut erledigt. Einfach mal ausgenockt. Kein Zeugen, kein nix. Wunderbare Aktion. So muss ein Raub laufen. Wobei ich mich immer frage, warum die Menschen hier permanent direkt ausgenockt sind. Wenn sie einfach nur einen Schlag abkriegen. Ich meine, es kann passieren. Es ist möglich. Aber im Regelfall sind die Leute dann nicht automatisch ohnmächtig. Und... Und... Upstairs. Ob es dann schon direkt zur Planung geht für Sproir? Ich weiß ja auch nicht. Ah... Es ist krank. Hey, du hast ihn? Of course, ich weiß, homie. Hier. Danke dir. So? Alles gut? Sure, homie. So ist das hier für real? Wir werden nur die FIB verletzen, und gehen nach deinen Kindern wie das. Ja, ich weiß nicht. Wahrscheinlich nicht. Hey, Lester, was hast du? Ich weiß noch nicht. Gib mir einen Moment. Ich bin kein Computer. Oh. Oh. Oh, vielleicht bin ich. Hier ist was ich. Ich glaube, wir haben zwei Optionen. Ich bin ein sehr gut, was ich benutzt. Das ist ein guter Ja, ja, das ist wirklich. Sie werden dich auf die Kameras auf dem Spielverlangen. Du brauchst auch eine Feuerwehrtrucke, um in die Bombs aufzunehmen, und eine Get-A-Way-Car staschend in ein ruhiger Platz, neben dem Büro, damit du den Trucke kannst und dann rauskriegst. Das Auto muss nicht sein, dass es nicht so speziell ist, es muss nicht so heiß sein. Was ist das andere Weg? Mit den, äh, NINJA-Skills? Wenn du diese Weg wählst, du nicht benutztest, aber wir müssen alle Bässe, die FIB-Paymasters werden dir mit einem Chopper und einem Pilot. Du fliehst weit über das Gebäude, parachutierst und bekommst hier Zugang durch den Ruf. Du musst mit den Tüten auf den Kopf sein, in der sich die Scheiße runterkommt. Moppen oder parachutieren? Wow, du machst diesen Wahl sehr schwierig. Haynes hat uns das Geld aus dem Polito-Job gefordert, um diese Mission zu holen. Die Crew wird aus dem Geld bezahlt worden. Wir halten die Veränderung. Also, was wird es sein? Natürlich. Du brauchst einen Hacker, einen Gewehrmann und einen Fahrer. Der Hacker wird nicht mit dir kommen, aber er wird dir helfen, das System zu brechen, zu sprechen, um dich durch den Prozess aus einer remoten Ort zu kommen. Okay, also erstmal ein Hacker. Da die mit dem Geld bezahlt werden, ist mir das eigentlich egal, wenn die Beste wie Paige Harris ist. Harris? Gut. Feminin touch. Sie wird auch, ob sie irgendwelche Hintergriffe finden können. Ich weiß nicht, wie lange es dauert, um das Netzwerk zu kommen. Das weiß ich erst gesagt auch nicht, aber wir nehmen Gustavo. Adi, too. Yep, genau deswegen nehme ich die Besten. Tja, da ist immer noch ein Problem zu fixen. Aber wann anders? Jetzt haben wir erstmal noch die Belähen des Architekten. Fertig, eine schnelle Flucht. Da hätten wir wahrscheinlich einen Fallschirm benötigt. Schade. Aber gut, wir sehen uns wieder im nächsten Part. Bis dann, Leute. Kappel. Kappel. Vielen Dank.